Ich habe übrigens noch einen Sendehinweis, da gibt es aber noch kein genaues Datum. Es steht nur fest, dass es seine letzte Show sein wird. Thomas Gottschalk hat jetzt bekannt gegeben, es wird die letzte Wetten-Dass-Show sein, die er moderiert. Heuer im Herbst gibt es einen Termin, die 154. Ausgabe der großen deutschen TV-Show. Ja, da freuen wir uns drauf. Wird übrigens ohne Michel Hunziger stattfinden, das hat er auch schon gesagt. Irgendwie möchte er die letzte allein machen, so wie die erste. Das hat er bekannt gegeben. Thomas Gottschalk, ein großer, zieht sich von Wetten-Dass zurück, bleibt aber im Fernsehen und wird noch andere Formate präsentieren. Das hat er auch gesagt.